jo meine freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren folge duo feed botlane und heute mit spezialgast dabei und zwar wir sind ja super les oder buddy youtube les qq was auch immer der gute super buddy ist mit am start links hinter der beschreibung und wir spielen quasi ja wir spielen botlane aber wir spielen nicht irgendeine botlane wir spielen die reuden botlane 20 91 beste bottle in der welt quasi leona und ja ihr seht richtig das hier ist der neue team muss gehen der kommt bald auf den pb schon raus das ist guter flash unser plan ist wir haben nämlich double thunder lords und ich bin ap tido pentacle werden also spätestens level 2 all in das heißt hart pushen ich habe aber kein flash das lass uns von dem busscher stecken ja 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 aber stecken geh rüber los jetzt ich trau mich nicht erwarte mal wen haben die als jungler die haben die als jungler damit haben aber nautilus ist mega eklig also muss aber das irgendwie schön früh machen dass ich den kill krieg ja also so bei 100 prozent ungefähr warte noch warte noch warte noch so lange kein minion du kannst ja bleib ruhig da vorne jetzt jetzt geht es auch der schaden das ist viel zu früh das ist viel zu früh das ignite ja okay aber das ist egal ich muss jetzt im kam da sieht man mal dass du ein bronzespieler bist ich bin gold vier ich bin ja die kielten sollen er hat ja noch hier kann ich doch nichts dafür ja lass gleich mit level 2 müssen wir sind instant ja ich will dass du direkt in position für ein e stehst bin so e also ich bin so e glaubst du gar nicht jetzt gleich ein bisschen noch war das ich bin das war ja wirklich knapp also fast das war voll knapp an also auf einer skala von knapp bis fast war sehr knapp holy shit war das knapp ich habe das war prediction von ja jetzt noch mal jetzt 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 du hast so getroffen damit hätte ich gerechnet ich hab den ich hab den ich hab den ich hab den richtig einfach ich würde sagen wir pushen jetzt schnell ja da richtig einfache botlen hier also das war wohl eines meiner einfachsten übungen ich muss auch sagen ich bin supporter leonard jungle main das base gehen ich muss zugeben ich habe nicht gerechnet dass du das ding trifft lasst doch mal einen pushen ich bin immer für überraschung gut die kreis sowohl für positiv als auch negativ ich treffe die wichtigen das ist wichtig also und der erste wäre eigentlich wichtig gewesen aber ist egal das base gehen lalalalalalalalalala als simo magst du immer das weh ne wenn er kommt jetzt jung wir knallen den um wir knallen den die büchse blühe oder so ich gehe auf medras ja ja auf jeden fall also ich habe nicht genug ich baue jetzt auf jeden fall schien direkt ne denke mal das ist für uns beide sehr wichtig damage ist wichtig ja das ist ja schien ach so ja dann dann auf sie hast du schon so viel nee aber ich habe mal ein kristall jetzt gekauft vielleicht wenigstens schild upgrade sollen wenn ich sterbe ich bin der hyper carry dann habe ich auf jeden fall mana noch am ende ok ok prioritäten müssen gesetzt werden sollen müssen jetzt decken hier kommt der plan wir gehen auf die lane und werden instant damit wir nicht rechnen die denken ja erstmal so ganz normal laning phase du gehst instant darauf wir gehen auf die lane und hauen instant auf die fresse ich gehe hier so aus dem busch raus quasi und du machst jetzt instant in engage auch wenn das sind ja gar nicht ich komme nicht ran lasst weg zu viele minions renn fliegt spring ich soll ja alles klar der mann hat anforderungen an mich das ok lass bisschen farmen und dann gleich instant wieder ja ja instant wieder rein genau dass den armen wagen stellen darum ist ja gut wie viel hat er was hat er sich gekauft ich bin gleich viel motor und hatte stärker als vorher zumindest bleib schön da und wenn er kommt gehst du drauf immer wenn du kannst quasi quasi von mir aus kannst du den aus dann ja denke ich auch eine schelle eine feilschelle und den haben wir eine schelle gegeben ins gesicht ist an bord den habe ich aber nicht bekommen ich hätte ihn bekommen können mit leona aber ich habe gesagt okay wir wollen vorteil ok wenn jetzt aber der kriegt keine farben mehr aktuell jetzt du musst davon hin da ist dein platz da ist aber ein rohort da ist egal hauptsache dass er dahin geht bereit bist du bereit du wärst bereit ne mein gott im moment er will mich alle pass auf bleibt da stehen wenn dich jemand abfakt dann fack ich ihn ab und diese scheiß minions die facken dich halt ab ist egal jetzt nein gut das war knapp das war knapp ich möchte ich möchte nichts hören ich packe mal so ein bisschen hier hast gesehen leute zu uns gehört zu uns hast du nicht gesagt du kannst leona spielen bevor wir gestartet haben ich habe gesagt ich kann leona als besten als support spielen aber ich ist das spiel ungefähr so einmal im jahr support du musst mir hören wenn ich wieder rede ist das bei frauen genauso hörst du frau nicht zu deswegen ist der mann zählen liebe freunde alles klar das ist ja cool alles klar ich muss aber fairerweise sagen ja mein ist das support ist auch ungeschlagen schlecht die jungen wie kommen wir aber wir haben die kombination erleichter gemacht jetzt ja das stimmt aber ich komme nicht habe ich nicht ich brauche noch 100 goldbräu noch ich habe denn mit ein bisschen angst gemacht ist das in ordnung ich brauche also pass auf ich habe jetzt ich nehme den dicken minion da ist kein dicker minion bei das nächste was du ready hast machst du dann wenn ich sage ok ok aber man muss ab und zu auch einfach mal ein zeichen sitzen ja ich habe wieder flash ready ich habe nur ich habe ausnahmsweise mal mann dieser naughty wird auch immer tankiger aber das ist das ist max range halt damit rechnen die nicht ja dann weil du dich triffst das ist im shoppen gehen ich habe mir fertig das sind waren schluss sind wir natürlich rechnen damit nicht das ist genauso wie du nicht rechnen dass maokai dich aus der base holt hat er kann eh nicht warum sollte einer ok wo ist ein halt da irgendwann kauft mir schuhe also jetzt machen wir die so fertig hast du jetzt echt majors gekauft ja natürlich das ist das alte wir definieren ja eine neue meter faker wird man nur noch bot lane primo spielen das ist sein ding hallo das ist meter bild ja und wenn man gewinnt muss man sich der meter anpassen vor allen dingen du hast echt genauso viel fahren wie der wir gewinnen die bot lane wieso habe ich zu viel fahren wie der ich hab wir haben den noch 100 jahre gesund oder nicht wo wir waren jetzt gerade zweimal base glück gehabt hier kommen so pass auf du stellst dich jetzt da ein muss ich habe meine stärke demonstriert okay du bist quasi eine endgauge statu quasi so eine alarmanlage sobald du bleibst einfach da stehen aber sobald jemand vorbeikommt legst du aus wie so ein köterner hund und dann machst du die komplette zerstör kombo da rein ich will mich langsam benutzt ich benutze dich auch fühlt sich gut an oh ja ich freue mich schon auf du spock wir beide zusammen jetzt 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 gleich jetzt wird gleich jetzt warte lass ich komme so schnell nicht ran ok den töten wir den töten wir den töten wir ja schneller ja woran liegt das bloß aber er hat dann scheint noch irgendetwas für es vorbereitet auf welcher büste schule warst du denn ich weiß nicht da ich komme frisch von der arbeit ist sie habe ich nicht genommen jetzt hier ist noch nichts verloren wenn der warte ich verstecke mich jetzt hier und du tust so als wärst du alleine und nein und jetzt gleich ich bin ja unsichtbar jetzt gleich ein geld so du tust so als wirst du auf k oh nein bitte in geld nicht auf ihn die sehen mich nicht bin unsichtbar die wissen nicht dass ich hier bin das wissen die nicht jetzt hast du mir gerade so dinge okay aber ist der kann nichts machen der kann nichts machen weil ich immer bin ich könnte aber zur seite gehen oder zweiten steps ich mach mal hier so ein pilz rein hat er auch nicht gesehen ich bin fast tot man muss sagen es war ein bisschen doof muss man einfach du warst dann nicht mach was alles klar okay okay oh mein gott alles okay ich brauche anscheinend schuhe raus keine schuhe das ist eine lüge du brauchst mit der mit major hat sich auf jeden fall jetzt schon mal gelohnt mit muss man stacken wenn man das potenzial sieht leider habe ich nicht damit gerechnet dass du keinen e triffst so jetzt mal gucken was bei euch denn jetzt bisschen cds ganz nett aber wir gewinnen das noch irgendwie das ist jetzt zwar ganz easy für uns doch was du hast du eigentlich vor nicht gold oder was du nicht 6 ich war 6 aber es hat einfach nicht gepasst wollte ja so ich dachte nicht dass die von der lords dabei haben mein junger hatte der hatte der nicht man hier oben auf gold auf gold spielen wir alle so das ist prediction ach so okay in der ghetto aber wir können ja immer noch gewinnen also vielleicht herr guck mal steht 34 vor allen dingen nein es steht ich bin einmal gekillt worden 11 ja aber ich dachte aber genau das ist ja nur diese hyper carry champion der einfach voll tank geht und dann trotzdem alles tötet er was laberst sowas gegen was genau die spielte denn bitte ist da irgendwie anders total op aber schwer dass auch wir machen jetzt ein plan den nächsten wir machen abklingt zeit von timo cdr und dann über knapp der bombenmeister ich muss wie machen wir das setz nice lass mal ich würde sagen ich bin weg tschüss tschüss hier ist ein pilz da viel spaß damit aber da kommt aber der kommt echo echo boy aber so viele in meinen pilz drin aber noch ein pilz noch ein pilz noch ein pilz easy kill wieso ich brauche ich aber wieso ich habe mail jetzt kommen macht es laut auf eine vernichtung da sind die ersten vier stecks meine freund das war der einfachste kill wie viele stecks habe ich kannst du mir das möchte sagen ich muss sagen der diamond spieler spieler steht 1 1 2 und ich ich weiß nicht schaffe ich den aber dann nicht schaffe ich nicht er gilt mich laut hat mich auf abend als zweites magst man weh na bist doch team main ja ich bin team main warum denn weh oh mein gott easy schreib hast du wegläufst ich glaube der will noch mal der hat nicht so viel kohler hat ich würde sagen das ist minimal prinzip das war das mega knapp prinzip war das holy shit aber kein mana mehr ich kaufe mir jetzt mal magic pampus ich komme nie hinterher mach das warum es nauti was als zweites wene nein e und q ich wette auf team markt man als zweites w aber als erstes e also es kommt doch okay es kommt auf die lane an so ich glaube oft als top laner wenn man ihn so ein bisschen ad tanky spielt dann e zuerst mit poke und der pfeil ist nur so zum blinden da ich würde sagen hat ja mal wieder hier ordentlich supportet diesmal mit laner meine stacks ich will stacks easy mein goodness wo sind meine stacks oh mein gott warum wir sind bomben warum da steht hat 203 leona main warum kacke man muss man hätten wir mal wir warum immer nicht bottlen spiel ich verstehe sind da so komische typen die einfach full tanks in so braun nautilus den braun tank ja ich mein support junge damals in back to the release maxim sagen würde sammach mit zehn armor zehn auf der lane auf dem leben gefetzt zehn armor eine gage tot genauso wie ich gerade hier sterbe ja 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 wie ist die mitte so unten geht der taur jetzt weg aber will ich nicht verantwortlich damals hat sich jetzt auch noch nicht so rentiert muss ich zugeben was du taur ist weg mach ruhig und ich muss immer recken gehen erst ich bin uns aber total to maokal die haben wirklich maokal nice ich bin am weg halt noch ein bisschen durch der für ok pass auf jetzt kommt der plan denn es du in geld schafft diesen typen ist dann sieht man machst dann dein ulti und dann haust du direkt mit drauf ok jetzt muss das aber jetzt passieren ja warte noch scheiß auf den turm ich bin gleich da warte oder bei sie so ein bisschen und jetzt ok das nein funktionieren können gibt es so warum bist du eigentlich jedes mal wenn ich auf der lane bin boostet und wenn ich nicht da bin gibt es oder jetzt perfekt macht die ulti ok bin raus ich glaube ich bin ich lebe noch das liegen zwei pilze achso 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 das team gerne sterben ich merke das schon wieso jetzt mache ich wieder die single kills hier also unten sind drei die single meine stacks meine stacks miss 1 2 wisst ihr leute als ich vor dem video gefragt habe welchen support dieser typ spielen kann ja du hast mich dieser super body ich habe gesagt super super body da hat er gesagt ohne dass ich gesagt habe ja kannst du den oder kannst du den schön hat er gesagt von sich aus leona das ist das besser gesagt er kann leona spielen ich stehe 203 möchte ich mir an dieser stelle mal die zweite zahl also quasi die anzahl deiner tode steht für deine getroffenen es oh mein gott das war ganz schön kompliziert jetzt ich komme ich ich habe mir fast ein stand drauf ist dann ist dann ist ja mach noch ein stand auf mg du bist sowas von reporte ich war nicht meine junge was soll ich denn machen oder kommt er nicht ran und drin ist bei uns am red das ist mein red ich bin adi carry oh nein zwei pilze aufeinander vielleicht noch dritten das waren drei ja aber die sind ja nacheinander explodiert alter jetzt hast du mich in den tod gerissen quasi ist das eigentlich in rank ich glaube schon das ist ein rank ich glaube schon das ist ein rank scheiße ist wirklich ein rank ah tobi du bist mir einer ich nichts auf der reihe aber das gestern genau ich habe gestern gespielt nichts auf der kette bekommen der vor dem tag war ein guter tag aber jesui boli bär tag nur boli bär alles weggekommen boli bär ist total op der junge der ist so krank sondern wir haben nasus genau sie los aber jetzt habe ich bin aber nasus bliput und schon der ein der 31 immer unten so meine trap stellen wenn man richtig krass sein ich würde jetzt ich würde jetzt einen plan unterbreiten aber ich glaube dass alles in die plan nummer wir machen den plan lassen wir lieber und never works die kostung zeigt mal oben den nasus der ich glaube ich muss unbedingt naurelian soll wieder aufnehmen irgendwie hat er obwohl ich den champion extrem krass am anfang gehetet habe also ich habe den so krass gehetet das gibt es warum weil der einfach scheiße ist oder war aber irgendwie kommt habe ich lange ein bisschen vielleicht nicht im nicht auf high also ab da ihr meintem rank sondern vielleicht so eher so bronze 12 aber er kann spaß machen und schaden macht der champion das ist definitiv obwohl er nicht viele damage spells hat macht der schaden sein weh haut schon raus oder rein kommen wir jetzt pass auf kommt pass auf wir es nicht nur jetzt ganz schnell vorbei wir tun so als würden wir den tower belagern und verstecken okay mach was schnell tu was mach was du was schnell mach was ich werde abgeschossen block das jetzt mach was tu was okay ich bin fast da nice oh der stirbt hat er den gesmited hat ihn gesmited der kleine scheißer der wäre gestorben von meiner zwölf der menschweiler ich habe noch einen pilz oh mein goodness hier zieh ihn durch den pilz da geht drauf geht drauf jetzt geht drauf doch nicht geh raus geh drauf geh drauf geh drauf geh drauf was ist mit dir ja töt ihn jetzt ich habe ich neid wo ist das ignit geh rein geh drauf oh totally trusted boosted diamond bist du ja man muss sich flexibel an die geschehnisse anpassen je nachdem wie das gerade ist steht einfach mal 4 1 dafür stehe ich 1 4 mit major ist ohne stacks der wille zählt würde ich sagen denke ich irgendwas jetzt gerade überlege das ist ein rank haben die eigentlich irgendwas in der chem select gesagt so von weh haben die geflamed oder so nur eigentlich nicht doch doch einer hat gesagt omg echo jungle und Timo adc ist normal gerade schon eigentlich tank schon aber er spielt nicht tank er spielt full ap ja aber echo ist trotzdem meter und aurelion ist halt ja 1 3 auch aurelion hat 45 prozent momentan nur winrate im jungle also ist im endeffekt scheiße ich dachte ja so ja im endeffekt geht es nur noch aber das ist voll kacke pass auf jetzt hier mein wavekleer pass mal auf hier guck mal hier und hier kommt noch einer du bist total richtigen krassen wavekleer hast du ja schon jetzt kann ich nämlich mein nashores fertig obwohl ich einen push noch ich habe mord zerstört 15 gold für mich der vorteil den wir jetzt beide haben die gegner unterschätzen uns extrem krass zumindest mich das heißt die fokus jetzt andere und ich kann gleich ein richtig krassen ultra kill da reinhauen jetzt flash jetzt flash jetzt flash jetzt flash jetzt flash mach ich werde ich denke tower das ist gerade super schlecht der pilz tötet ihn lasst den pilzen töten alles glaube ich musste den kill nehmen man muss die kills annehmen das ist wie mit den nutten das geld ach so du musstest den kill nehmen ich hätte ihn hätte wer hätte sich bewegt hat der pilze bekommen was machen wir jetzt was du ja der pilz gehört aber zu mir das ist mein buddy was machen wir wir holen die sind ab der voll wenig leben push jetzt bot lane ich hole jetzt in die sind du hast drei kills man das ist auch ich wusste das hat du bist genau da nichts bekommen bis genauso leona wie mein kumpel von mir der hat auch immer 50 gab während ich 003 hatte da kommen und eine scheiße der kleine scheiße der echo jetzt mal angesprochen irgendwie so ich habe jetzt aber schon nach chance und jetzt bauen wir das ist der einzige grund warum ich mit dir spielen wollte um dein leona gameplay zu analysieren und eine these aufzustellen ich glaube ihr von spinnen ihr habt eher angst dass wir denn pass auf ja bitte leona spieler sind nämlich mein letzter kumpel der auch leona immer gespielt hat der war war sie der hat alle kills gemacht alter was passiert hier und ich muss mir was überlegen alles klar ja da geht immer noch was alles klar was für warum haben die alle warum geht was was ist mit denen ich glaube wir brauchen gar nichts mehr zu machen ich habe acht steaks ich habe mehr als vorher obwohl ich gestorben bin der hat also der don't touch mein haben also jetzt aber noch mal kurz vorher leonards nehmen alle kills und sagen immer das war mein schild das war unfair oder das das wollte ich gar nicht weil mein w hat ihn gekillt obwohl man ja obwohl man ja zur seite laufen könnte und das zweite ist leonas engelten immer und sterben dann irgendwann und sagen ich bin für dich gestorben obwohl sie einfach nur solo gestorben sind und nicht mehr selber die sagen immer ja ich habe aber immerhin kommst du weg und ich sagte ich wäre auch so weggekommen du bist einfach nur gestorben also das ist leona play leona play sind die geilsten place der ich habe achtes ist man ich muss mal sagen hauptsache du analysiert man ich habe leona auf level 2 ich bin leona main ich bin leona main das ist mein drittes spiel was ich spiele und absolut boostet ich kann aber ein tipp geben an alle spiele die jetzt league of legends besser werden wollen im ranked guckt nicht meine videos auch nicht meine aber das ding ist spaut sunfire und baut iceball egal welcher champ ihr seid baut diese beiden items und ihr habt gewonnen free win free win quasi wobei kommt nicht diesen woche diesen woche schon wieder ein patch ja diesen woche kommt ein patch ich glaube eisborden wird genervt ja soll weil es momentan einfach die nur ich mir jetzt der will zwölf und noch weniger okay wenn die machen wir mal ruhig nee gut lass dich nicht aufhalten der war gar nicht drinnen der war nicht drinnen und den mache ich kaputt nice gebetet auch noch also ich fühle mich so hat gefokust irgendwie weiß auch mein gott ich habe für euch wieder gestorben so bin für euch gestorben ich kann ja nichts anderes zu sagen ich bin für euch weggelaufen alter fünf leute kommen auf einmal her das ist eine massenvergewaltigung außer timo und nasus nasus ne nasus bleib auf seiner lane mach so dein ding timo hat so ein global taunt einfach alles alle greifen einfach immer nur timon egal wie viele kills stacks egal egal was immer auf timo nasus ist wieder nasus hat sich berufen gefühlt was er jetzt wäre dabei der rate ja aber nur ausnahmsweise was ist denn das für ein vogel bei dem hintergrund junge ja hallo draußen ist ich habe fenster frei luft zocken ja ja ohne miss ich habe schon gedacht irgendwann nehme ich mir einfach mein laptop mikrofon und webcam und gehe einfach mal instant nach draußen stream hier ist gerade voll dunkel meine kämen kann sein wotter fack mich immer dunkelheit darkness dunkelheit alte koil ordium bern gemacht das ist jetzt nicht so gut guys here is the plan just death and group support der 1 5 macht die calls mal gucken was jetzt für hate kommt oder timo fack auf wahrscheinlich einen push ich noch besser da ist ein push ich noch ist das wirklich machen ohne miss ja der break ist auch ab die kommen alle runter ach quatsch für die quatsch bei dir ok renn lauf spring flieg renn spring lauf renn spring flieg renn spring machen wir los ok den schaffen wir nicht der text trinker da kommen außerdem alle leute ich hab dir gesagt die kommen ich ich hab dir gesagt ich komme ich mache mich unsichtbar ich bin unsichtbar nein ich bin mit ehre gestorben du nicht ich habe gesagt die kommen ja zumindest in dem moment wo du gegen wettgekämpft habe ich das gesagt wie hat dieser typ das geschafft hat bei mir haus denn eben possibro zweifel ist acht zweifel meint er mit zwei uns beiden wir gegen den rest ja scheiß das war jetzt aber schon ein bisschen doof von ich hab ich möchte warum warum ein geld da warum bist du denn da engaged das verstehe ich nicht das weil wir so oder so gestorben werden und ich wollte dir die nein wollte mir nicht sterben das leona komplex wollte sterben das macht das oben ganz gut er hat mal wieder 100 er sollte aber mal vielleicht ein bisschen attacke zurückzug ich bin da wir können jetzt kommen das kommen ich bin da da jetzt okay da geht was da geht was da geht was da geht was da geht gar da geht gar nichts ich werfe mal ein paar pilze im bett die die pilze der alter ich stelle da ab und nicht keiner niemand macht war es aber der läuft doch nicht bezahlt auf der pilze muss natürlich laufen nein macht er nicht aber nur weil nasus kam fucking das räumt jetzt auf das räumt jetzt wirklich auf das hat sich jetzt mal gedacht okay der räumt jetzt alter junge der ist total super drüber okay in den nasus ach du mal ruhig 17 alter aber ich habe zwei stacks okay das ist wir haben zwar 17 aber dafür zwei steaks in angst man ich war mal voll der gute team oder carry so vor drei jahren ich muss sagen ich glaube ich sollte einfach war mox denken so ist bei was für eine palme die arme palme ja ehrlich ich bin kein palme mit gesicht das hört sieht ist bestimmt lustig das war vor so an die kokosnuss haben so gesichter gt war der auge landet mir alle dinge weg monster all timo can do for us is blind jen loll was für geht zu dir ich habe keine lust mehr mit augeleon zusammen zu spielen denn im allen farm weg das brotland durch push ich würde hier mit lane mal dürfen ich brauche noch ein bisschen für rabadons hey du mach du live your dream wie gesagt aber positiv aha das geht drauf macht springen flieg rennen rakete ich bin raus tschüss warum ich habe drei worte hier ich mach dir noch ein pilz der wird sie nur durch den bild ziehen was ich hasse dich wenn das eigene witz das ist sie nur durch den pilz ziehen müssen warum ich hab doch vor sich nicht wieder das aufnehmen gute idee ich nehme mit lässt sich auf das macht bestimmt spaß noch nicht mal seine pilze du bist wohl ab und deine pilze machen keinen schaden meine pilze machen schaden du hast sie nun nicht durch die pilze gezogen ist das problem mein pilz macht 19,4 sekunden irgendwas jetzt geht's los hier ich bin nicht da ich bin tot ich hab ein kill auf set gemacht durch ein pilz glaube ich glaub schon da war irgendwo einer also ein pilz von nasus schafft hat nicht und noch lebt aber nasus nasus strong der schafft hat nasus character ich wusste direkt weißt du was das lustigste an diesem spiel ist was ich hab zehn meter stacks obwohl ich dort bin weißt du ich krieg mehr stacks indem ich am besten direkt sterbe habe ich mehr stacks als davor es ist geacet aurelion warum gehst du weg du pappnase ich glaube ich brauche einfach nur speed boots warte mann ich habe blubuff übrigens und habe ein double kill gerade gemacht lasst euch direkt suiciden macht aber überall assist drauf und dann seht zu wie eure stacks gedeihen die meter stacks sprießen ich komm leute und klienz haben kleins in der glänse geben wir steckt zu ja recht mit so ich muss sport durch mal wieder glaube ich habe dieses game noch nur zwei worts also gestellt und möchte anmerken ich bin nicht zugegen ich schreibe mir jetzt geist ich bin gerade erst da warum ich weißt du da stehen fünf leute und ich krieg die scheiß schüsse ab ich bleibe jetzt afk hier stehen und mache mich um nicht bei jetzt gucke ich was passiert jetzt kann ich reingehen dieser set das gibt es nicht dieser set ist ohne witz ich bin der perfekte timobait ich sollte full tank gehen ja wie so und zett immer mich wenn nasus hier quadra macht dieses game of my life würde ich sagen für mich also du kannst so schlecht stehen wie du willst das scheißegal du wirst immer gefocust das ist unglaublich jetzt team wo junge der das ist so drüber na ja einfach mal 711 711 alter wetter focus me more kapos kapos schreibe ich mein mal das ist aber das ist das stück das gibt es ja nicht jetzt schade das mal habe ich leider nur zwei steaks geholt die waren gleich von set an hätte das ganze sturm dort weg gehen so viel geld so viel geld wir sollten langsam weg gehen ich poste ob durch muss hier weg der ich puhr scheinbar immer nur ja reicht eigentlich ein pilz ich glaube ein pilz könnte vielleicht ganz knapp reichen scheiße ich habe keinen keinen pilz ready gerade vielleicht könnte ein pilz reichen um die zu töten oh mein gott ich glaube nicht deswegen werfe ich immer zwei rein und ein set kommt schon wieder nein und er hat ab doch noch und die sie rot sollte ich mir auch kaufen was team die man seitdem und seitdem und seitdem und seitdem und seitdem machen wird die man seit jetzt ist meine chance jetzt ist meine chance wurde nicht gefokust jetzt raste ich aus ich hast jetzt komplett aus das der erste da ist der zweiter nicht bekommen hier ist draußen die muss man jetzt musste das ist so kommt der teleport nach oben oh mein gott oh mein gott oder so noch sind anna die man's laut auf man's lauft in den was los gibt also hatte ich raste komplett aus war das komplett aus guck dir mein schaden guck dir mein ich habe auch keinen schaden gesehen ehrlich gesagt das war das einfachste spiel meines lebens soll ich mal gg carried bros schreiben ich habe ich habe aber wirklich durch meine existenz gekehrt ja ja du hast gebetet wer das tankteam bauen müssen dann wäre das zu ende monitor alter schwede hier ist auf jeden fall ja weil die fall ich bin sogar in meiner promo gewesen ja weil die fight for serious der erste wind schon also das ist weil du hast auch den zweitmeisten schaden gemacht von allen du hast das ding ja da schreibe jetzt erstmal du hast du hast uns ja an den haaren durchs game gezogen mit mir zusammen ich muss ich muss erst mal gucken wie viel damage ich bekommen habe der mit stecken da geht aber noch was dafür ist echt noch da habe ich mehr bekommen das ding ist aber ja gut ich hatte auch nicht so viel war immer sofort tot na du warst ja dabei du hältst jetzt mal 2000 das ding ist aber stell dir jetzt mal auf stell dir vor ich wäre nicht so krass gefokust worden wie krass ich eskaliert wäre es total eskaliert nein aber jetzt wirklich ich stehe 200 oder so 14 ich stand 210 oder so bis zum ende tobi ich glaube ganz ehrlich du bist der versteckte held dieses spiels ja und in diesem sinne werde ich jetzt die offener wenden make america great again wie gesagt alle links in der beschreibung bei mir auch haute rein tschüss und finger weg von drogen